Oh Hä? Komm ich geh nie rüber So Das Beteiligerbauer Das war auch eher Zufall, dass ich das gesehen habe Aber interessant was hier also In so einem Schlachthof stehen kann Ist jetzt hier der Dampfmann Oh Ich hab noch zwei verfickte Schuss Wir sind jetzt hier Und jetzt der Dampfmanns Die Dampfmanns Die Dampfmanns Die Dampfmanns Die Dampfmanns ja jetzt wird wieder eine wird wieder eine splittergranaten session hier ja kann man das ding hier gibt es doch ja auch nicht ich weiß nicht ob das so gut ist wenn ich hier in der mitte rumlatsche ich speichere mal ab wie es halt hier noch so kommt ich höre schon wieder so eine knarre und das däten typ oder ist doch das doch hier ein gegner oder nicht das klären wir gleich jetzt wirst du wie jetzt er sagt jetzt nicht die granate ist da noch abgeprallt mit bloß jetzt auch nicht war problem ist ich sehe diese jetzt sehe ich sie aber trotz ein bisschen was sieht man aber hier ist ende bisschen rohr da kommt jemand echt Ja, das Problem ist, ähm, wie kommen wir an dem Ding vorbei? Ach, guck mal hier. Warte mal. Ah, geh mal kurz. 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 Quatsch, Kamera. Das Ding nicht. Sprecher mal ab und latch einfach mal drin. der ball hat er sofort los wie gesagt ich sehe hier gar nichts na so dann gibt es noch eine andere möglichkeit die ward nicht also die ward nicht ja also das wollte ich noch mal betonen wir können noch eine rauchgranate rumhauen alter loll loll guckt euch das an was sagt damit machen jetzt der nächste der der lichtung wird koffer das medikit es ist ein medikit ich weiß überhaupt nicht wo ich hier bin und was ich hier machen muss ist hier noch dampf hier ist immer noch dampf speichern weiß nicht wo hier ein ausgang ist ich weiß nur weiß ich eigentlich gar nichts was ist das hier kann ich jetzt die knarre abschalten so wir müssen hier weiter keine munition mehr nix wir haben gar nix ist hier immer noch naja und frage eigentlich kann mich jetzt bloß noch mit splittergranaten wehren ich habe hier einen toten ausgeschaltete einheit er ist dort ich habe hier einen toten ausgeschaltete einheit er ist dort naja kann ich doch nicht alle mit der hand umbringen vor allem sehe ich hier jetzt und ein gegner macht die sache hier nicht einfacher dieser sektor ist sauber setze patrouille fort feind wird angegriffen ja er hat natürlich kein so ein thermal ding da auf war wie realistisch ist denn das bitteschön das ist doch das doch total unklar oder ich versuche den typen da jetzt mal so von hand auszuschalten mal gucken okay hast du voll vergessen was ist denn jetzt ach hier ich schraub gleich die kanone ab und dann geht es hier rund junger und die flasche mal mitnehmen kommen wir nehmen mal die flasche mit muss dieses scheiß ding an machen ist doch ja muss die naja gut das bringt uns ja nicht viel ne was gehört ich gehe doch mal gucken da muss etwas sein das ist unfassbar wo wird mir dann die kicken wo ist der überhaupt vielleicht war das nur ein schatten ein schatten und du hast einen schatten alter scheiße man kommt hier nicht hoch ich würde mich da an den rohren langhangeln aber ja das ist wohl zum scheitern verurteilt würde ich sagen geht es da weiter oder kann ich da durchlaufen wo ist der typ ist der witz alter ja wir haben da selbst bei dem spielstand haben wir keine munition also ja keine munition es ist unglaublich er sagt dann die granate rindschmeißer bringt überhaupt nicht weg muss eben treffer und die kriegt die nicht von hinten ausgeschaltet das ist das problem an der sache kann ich jetzt hier zwar hinstellen so und dann kann ich gucken ob da der haut jetzt ab so gut jetzt kommt er wieder steht blöd rum dreht sie um und kommt wieder ok natürlich habe ich nicht beide erwischt ist ja wohl klar eine leiche es ist einer von unseren jungs feindlich angegriffen ausgeschaltete einheit er ist dort kannst du voll abhaken wie soll ich denn das machen ohne munition das ist doch ein witz das ist doch ist doch verarsche echt ohne scheiß ich muss den typen hier musik von hand ausschalten so so der geht nicht anders die phasen wiegt den anderen ausschalten ja ich muss irgendwie hinterher hinter ihm wenn der hier lang luft da steht ja noch einer hallo jetzt wollen sie mir aber richtig verarschen immer vor allem sehe ich wie der steht in die auf lauf 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 das hat er natürlich gehört jawohl oder doch nicht ich brauche verbandzeug hier ist ein verletzter na komm, steh auf ha, 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 speichern alter, ist der witz, ist der witz vor allem, dass die mich hier im, im, im in dem rauch hier sehen, ne, ist natürlich und ich hier, wie so ein blindfisch hier rumlatsche so, wo jetzt, oh, wie ich den jetzt hier landet das war aber auch wieder mal sehr zufällig eigentlich hätte ich hier noch eine halbe stunde rumlatschen müssen wir haben wieder normales licht und medikit haben wir zuwege auch mal zu feind wird angegriffen wir haben sie umzingelt wer sind sie wer ist da, kommen sie heraus ach, danke es ist unglaublich, es ist unglaublich ich hab keine lust mehr ja, nun geh doch rin in das Loch, du Eimer alter, ohne Munition kannst du hier gar nichts machen ich hab jetzt auf jeden Ein Eindringling Wir haben sie umzingelt Ich weiß nur, wo wir die Wer sind sie? Wir haben sie umzingelt Na dann komm mal hin Berista, kommen sie heraus Alter, was ist das denn für eine verfickte Mission, Junge Jetzt mal ohne Witz Ich brauche Munition Alter Schwede Aufstehen Warum steht denn denn Hallo? So, jetzt wissen wir, wofür wir den Medikit brauchen Ja, oh, ja Es wird Natürlich Kinder Was ist denn da? Muss man da jetzt rein Was ist denn das da? Ist das eine Mine? Ach, das ist ein Griff Mal sehen, was jetzt kommt Alter Schwede Ich bin hier unbewaffnet Renne ich hier durch die Gänge Das kann eigentlich nicht sein Oh, nee, ist das schon Dasenne Ich bin hier Aber